Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich bin spontan für dieses Wochenende hier in Bacht mit meiner Familie. Und wir suchen noch eine Übernachtungsmöglichkeit. Ja, das ist schön, dass Sie bei uns sind. Und bei uns übernachten möchten. Warten Sie mal, da ist heute gerade etwas frei geworden. Das hätte ich für Sie. Mit einem tollen Blick auf den Boden. Am Hafen wäre das was für Sie. Oh, Mensch, das klingt gut. Ja? Ja. Sehr schön. Und was kann ich mit meiner Familie hier machen? Haben Sie doch was für Kinder. Und kann man hier auch abends mal weggehen? Ich habe gehört, hier gibt es auch ein Theater. Wo kann ich mit meiner Frau mal schön essen gehen? Gibt es ja auch was Kulturelles zu erleben? Was heißt eigentlich Vinita-Stadt? So habe ich mir das vorgestellt. Vielen Dank.